Das hier soll das Pisswa sein, hier diese... Da wo Rush gerade drin steht? Äh, muss man erstellen. Achso, das ist so ne Rinne. Achso, Mist. Das ist ne Rinne. Ja, genau. Und hier ist Watschbecken mit Mülleimer. Und diese komischen Filmdinger. Ja, genau. Und hier ist ne Kondomautomat. Oh ja. Gibt's auch so Ringe? Das Bild da drauf. Das ist das Beste. Das Bild ist super. Man sollte übrigens aufpassen, dass man nicht hier drin einpennt. Im Scheiße einpennt, ja. Ja. Das ist nicht schön. Wer ist denn jetzt raus hier? Wer ist denn? Katze? Mein Internet war weg. Bin wieder da. Das ist schön. Hab's gemerkt. Klar, das ist schön. Was machen wir denn heute noch? Haben wir schon alles gezeigt? Ich glaube schon. New Order. New Order gibt's nicht. Oder soll man mitzahlen? New Order ist ein Gerücht. New Order ist der Feind. Das New Order fällt. Das ist total dekadent da. Wir haben da Pyramiden aus Diamanten. Ja, sollen wir mal nach New Order? Herr Rentenmann. Haben sie mal. Bin da. Ja, eigentlich. Ja. Cupcake-Atze ist er. Ich hab gehört, du bist ein Katzen-Messi. Ja, übrigens danke, dass ich jetzt den Amboss noch hab. Ja, der war da vor dem... Ach so. Ja, bitte. Nein, lass. Ja, bloß nicht zurückfordern. Warum ist die Katze umgedreht? Du verschandelt sie hier. Sie auch. Ich kann mir das nicht erklären. Meine Güte. Siehst du die gerade auf dem Kopf? Ja. Was denkst du, wovon du gerade kannst da reden? Ja. Ja, Arne. Ja, oder? Ja, ja, ja. Ah, das hat geklappt. So. Ach, und hier geht's jetzt richtig los. Gaststätte bei Krack und Kracht. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Das sieht doch aus wie die von Arne. Das ist doch hier Plagiat. Dann muss es abgebrannt werden. Ja, zuerst sagen sie alle immer, ja, du musst doch den Arne bauen. Und jetzt baue ich mal genauso wie Arne und dann... Das ist auch falsch. Das ist ein Plagiat. Wie das als Entenmann macht, macht es verkehrt. Genau. Baust du nicht durch. Dann werde ich so schnell langweilig. Hi, Arne. Was ist das denn hier? Da haben wir nicht mehr Türen, denn da sind wir gar nichts drin. Das ist auch so ein Fail oder City, denn da ist... Das ist wie das Verteil in Nordkorea. Das brauchen wir nicht mehr. Jan, noch ein Hotel? Ja. Haben die denn die Taverne? Halb. Nee, ich glaube nicht. Das ging ja nun alleine. Hier gibt es auch einen Bemelmann, der ist aber noch nicht autorisiert. Wui. Sind die eigentlich hier in der EU? Ja. Sie sind die Bemelmann? Ja, sie sind die Bemelmann? Ja, sie sind die Bemelmann? Die Bemelmann? Ja, wir müssen in die EU. Alter, Fähne. Ach so, und hier geht es jetzt richtig zur Sache. Ne, da muss ich jetzt... Warum habe ich denn Regeneration und so ein Gedönserrat? Ja, wegen unserer Pyramide. Ja. Die auch so ein bisschen dekadent ist, ne? Nur ein bisschen. Ich kann hier mal zeigen. Hier, aus Diamanten gebaut. Hm. Die haben wir alle natürlich rechtmäßig gesammelt. Ja, ja. Ja, gehen wir selbst im Keller. So, hier. Haus der Enten, Mann. Ja, ist natürlich jeder mal genau wie die Taverne. Eigentlich eher so Alibi-mäßig. Warum sind die heimlich? Aber ist schon schön. Lautings, hast du hier nicht auch noch ein Haus? Ja, da hier ist immer ein Akkord. Das ist ganz schön schick hier. Oh, Lautings, das sieht aus wie die Taverne. Das sieht immer aus wie eine Taverne bei mir. Ja, Lautings wohnt in der Taverne. Ja. Der ist eigentlich der Golem. Ja. Nur weil Nacht verwandelt er sich in den Ostdeutschen. Zum Blinkern. Das ist total schrecklich. Das ist ein Wehr-Ossi. Das ist ein Wehr-Ossi. Jetzt hast du die Musik in meiner Hand. Schön. Ich muss erst mal anwachen. Ich bin DJ Davis. Marcel Davis. Ach, das ist so schön hier. Ja, ja, das ist klar, ne. Jetzt haben wir aber noch eine Sache zu tun, ne? Ja. Ja. Das ist schade. Mach ich auch sehr ungerne. Aber... Nützt. Tut doch nicht so. Es muss. Gib doch zu, du freust dich drauf. Ja, es war ja so, dass wir ein paar Leute auf diesem Server haben, die sich jetzt nicht so freundlich verhalten haben. Ja, Lautings. Nimm es nicht persönlich. Also, Lautings. Die Gruppe entscheidet, dass wir hier keinen Ossi wie dich haben wollen. Hau ab. So, die Sache ist der Baum hier. Der hat jetzt ausgeleuchtet. Siehst du den Baum da? Der muss da weg. Der muss da weg. Ja. Wollen wir mal Minecraft Folge 200 zitieren. Das machst du schön, Lautings. Ja. Okay. Ich mach mal die Tür kaputt, dann könnt ihr hier durch. Es tut mir auch leid, aber... Nachdem gegrieft wurde und so weiter und so fort, fand ich das jetzt nicht mehr allzu lustig. Fanden wir alle nicht mehr. Katze, könntest du die Füße aus meinem Gesicht nehmen? Niemals. Hier ist ja schon... Oh, ist denn hier Wasser? Rush, du findest das geil. Ja, geht's doch zu. Äh, äh, nein? Die sind überall Kapitän. So, wir haben jetzt leider Workguard an. Was heißt hier leider? Zum Glück. Oh, scheiße. Ich mach uns nochmal schön was zu essen. Steaks? Warum? Ja, mir. Weil ich nichts mehr haben. Ist doch hießvoll. Hießvoll. Mann. Äh, Kuri? Ja, so. Es ist aber intelligent, damit wir hier nicht runterfallen. Von oben nach unten schwimmen. Schön. Anne, mach mal Ready to rumble. Nee. So, 3,1. Der Baum muss weg. Der Baum muss weg. So, jetzt schön hier das Wasser aufhören. Ja, schön die Alten wegkommen. Hey, wie viel zu drüben, was für drüben? Au. Wer hat mir denn das hier unten anwärtschen? schweckt mit der Faust aufs Auge. Das Quartier? Ja, weil das habe ich gerade gemacht, damit ich den Wasserfluss stopfe. Das ist ja voll die Randaliererei hier. Moin! So. Denk dran, dass ihr die Wasserquellen nochmal dann ausstopfen müsst und dann erst. Nee, ich wollte die jetzt so wegmachen. Ja, kann ja sein, laudings. Dass immer wieder betrunken ist. Scheiße. Was laudings, das nicht gern? Ich arbeite dran. Wir helfen dir allen. Ah, das machst du schön. Hast du gut gemacht. Aussprecher Anerkennung. Du bist ein Held. Wer auch immer da gerade getrunken hat. Keine Ahnung, ich nehme mit. Ich. 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 Was bauen wir denn stattdessen hinterher hier hin? Ein Baum. Ja, das mal ein... Schlachter? Ein Mahnmal gegen Riefen. Genau, ein Mahnmal gegen Riefen. Ja. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir da oben noch dran... Da könnten wir ja eigentlich einen halb kaputten Baum stehen lassen. Nee. Ja. Nee, das ist ja irgendwie scheiße. Das will ich nicht. So, das ist das beste Mahnmal. Mache einen ausgestreckten Zeigefinger. Zeigefinger, genau. Ja, klar. Wir werden das Helfinger nicht. Ihr könnt ja Anke-Sam da ins Breiden. Wen? Ja, den Typ von den Amis, der auf ein zeigt. Laudings, ich baue hier... Ach, Anke-Sam. Nee, 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 nee. Ich habe das gerade nicht von Adam Sandler verstanden. Ja, das könnte ich theoretisch nicht machen. Den können wir auch hin. Naudings, nicht wieder rumstehen und nicht machen. Laudings! Ich meine, ich weiß nicht, hier runter. Geht schneller, geht eher lauerdings, da steht bloß gut und macht nix. Ja, der ist faulding. Das ist immer so. Die ganze Zeit. Dann gibt man ihm neuen Aufklag, dass auch so, ja, ja, ich bin voll dabei, ist voll gut. Und nach zwei Minuten läuft er wieder hin und her und macht nix. Ja, das ist ja auch deutscher Arbeitsmoral. Ist so. Hashtag ist so. Im Prinzip. Endmann, ich hätte da fast runtergeschmissen. Warum du fast? Ich dachte, du hast mich. Im Prinzip ist der Endmann mal ein Assi gewesen. Aber der hat nämlich einen sehr sehen. Das hat gerade keine Schaufel dabei. Die Schaufel aber ja auch nicht. Der baut den auch dann den Rang. Ja, das verstehe ich mal, was ich gerade holen will. Ja, allerdings nach mal. Ich bin seit dem Wurzeln. Ja, Schaufel kann ich auch holen. Du kannst auch gerne bei mir ins Lagerhaus oben gehen. Da sind auch noch ganz viele Werkzeuge. Du hast danach verlangt. Mit unlauterer Verzauberung. Ja, mit fancy Verzauberung. Fanzauberung. Hier ist eine Kiste. Ich will reingucken. Oh, es gab so viel. Peter. Gleich wieder neugierig hier, ne? Ja. Was ist das? Ich will das haben. Ich will das haben. Ich will das. Give me guys. So viel Platz ist ja hier aber auch nicht so viel Grundfläche, ne? Also kann man eigentlich nur was hohes hinzimmern oder irgendwie was kleines Schmuckes. Das müsste ja schon irgendwas für die Skyline sein, finde ich. Wieder sowas Fallisches? Ja, aber was Schönes. Oh. Wir können ja was Westfallisches hinbauen. Clone or Willy machen wir hier. Das ist ein riesiger Arschrader. Nein, nicht Arschrader. Ist ja schlimm genug, dass wir den einmal schon hier drin haben. Wir können auch eine riesige Arschrader das hier hinbauen. Und dann muss den mal B unten beibringen. Keine Ahnung. Und ein B ist voll feige. Ja, das noch nicht. Da geht das gar nicht. Braucht ihr noch Schaufeln, ja, ne? Ja, klar. Ich mach' die Schaufeln. Schaufeln, Spitzhagen, all sowas. Bist du bei mir im Haus gerade? Okay, so auch noch nicht. Was ist das denn für ein Gang hier? So. Oh, so viel zu tun hier. Aber warte mal, ich muss mal die Playlist lauter stellen als Arnes rauschen. Okay, so, ich bin nicht wieder so laut. Das kriegst du nicht hin. So, jetzt kann man uns mal nicht mehr hören, das ist gut. Hey Leute, die Nürnzügel, die Nürnzügel, die Nürnzügel, die Nürnzügel, die Nürnzügel, die Nürnzügel, die Nürnzügel. Diese Scheiß-Fenzer hier abzubauen, ne? Einmal schlagen. Ja. Wenn man richtig v-lehr, kann man ja nicht wohl, dass man einfach… Fett Null das ist aber scheiße, ist nicht fancy wir müssen ja auch Arbeit haben hier Spaß wäre dann mit nem Feuerzeug zu verarbeiten oder Lava drüberkippen Sprengen oder sowas, das wäre spaßig oder Dien-Arne-Meet Stimmt Meine Spitzhacke kaputt, scheiße So, wo soll er jetzt die Schaufeln? Ja, ich bin grad in der Mache Mach doch mal schnell Oh, laudings Tut so leid, ich hab hier meinen Taktbereich, den darf ich nicht überschreiten Wenn du zu schnell rotierst und arbeitest, fängst du an zu brennen, oder wie war das? Ja, es ist so Das ist das, wenn BMW auch nicht B-M-L-W B-M-L-W Mir tut mein BMW nicht weh Das können wir aber ändern, wenn du hier nicht mal ein bisschen schneller bist Zwei Spitzhacke mit Effizienz Nimm einfach alles mit Ich glaub, die Braubicke ist, hätte auch immer ne Steine mit Schaufeln gereicht Also Schaufeln können Schaufeln hier Na, da geht Nehmt euch Ich bin auch Wuiiii Das sind zwei Hier ist wieder eine Moment, ich muss irgendwie hochkommen Da liegt noch eine That's what he said That's what he said Das war in irgendeiner Kiste, die wir kaputt gehauen haben Das war in irgendeiner Kiste, die wir kaputt gehauen haben Das war in irgendeiner Kiste, die wir kaputt gehauen haben Im Teich? Am Teich Am Teich? Ist wieder irgendwas mit Wasser Am und Reich? Irgendwas mit Malsbier Am Teich heißt eine Kneipe bei uns Malsbier Bei uns heißt es eine Puzzles Oh Warum heißt sie Puzzles? Das ist die Frage Da gibt's keinen Satzenstreich, hab ich gehört Scheiße Warum bin ich denn jetzt hier runtergefallen? Habt ihr die... Ihr seid's nicht, ihr habt die Leiter nah abgemacht Das ist ja schon ein bisschen Das ist der Trepp und keine Leiter Nee Das ist genau das gleiche, das habe ich euch schon mal erklärt Ja, das ist Ja Genauso wie Schalter und Hebeln Ja Völlig identisch Hebelein Na, so wie Enten und Gänse Ja Alles gleich Und die Gummibärchen schmecken auch alle gleich Mhm Aber die M&Ms schmecken verschieden Richtig Skittles auch Sie schmecken auch unterschiedlich Sind das die Komischen Die mit der Giraffe Ja Die mit der Giraffe Ja Die Werbung uns furchtbar verstören Dieses Giraffen-Sperma dann in Knödelform Lecker Will ich unbedingt haben Oh laulings, du bist ne Arschgeige, weißt du das? Trololololoi Trolololololololololololololololololololololololololololol one Oh, ich hätte ja nicht gedacht, dass das so viele Maloche ist, wäre es für Pause? Na Pause, in der Lieb Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich nicht. Es ist noch nicht halb zehn mit Ihnen. Es gibt nur kein Knoppers... Nein, es ist schon dreiviertel zehn. Ich weiß, es benutzt keiner von euch, diese Uhrzeitangabe. Das ist auch keine Uhrzeitangabe. Das ist eine schlechte Angewohnheit. Macht aber Sinn. Nein, es ist ein Viertel von neun und ein Viertel von zehn, du Morgel. Nein, diese Ostdeutschen. Keine Ahnung. Deswegen seid ihr auch nicht in der EU. Oh, hier ist tief. Vorsicht. Sief?